Salamu alaikum zum nächsten Teil. Ganz klar im Grundgesetz, in der Präambel, dass unabhängig von Religion und Herkunft alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Und deswegen ist das hier eine ganz klare verfassungsfeindliche Aussage. Und wenn sie die Verfassung nicht begriffen hat, dann kann sie sie auch nicht verteidigen. Das ist der ganz klare Punkt. Sie kann also nicht sagen, das wäre antidemokratisch, wenn sie nicht einmal begriffen hat, auf was diese hiesige Demokratie fußt und was die Grundverfassung ist und was die Präambel ist. Und dann sollte sie dem Bundespräsidenten, ich wiederhole das nochmal, ein bisschen mehr Kompetenzen zuschreiben, als sie hier in der Lage ist, überhaupt vorzubringen. Denn das, was sie hier vorbringt, ist ungestüme, ich sage es mal, Waschweiber-Politik, die nicht weiterbringt. Warum aber mache ich diese Erwiderung? Weil ich natürlich auch gerade diese Frau deutlich mal an den rhetorischen Pranger stellen will. Ich habe viele Reden oder auch Texte von ihr gelesen. Sie hat keine Ahnung. Sie ist zu entmündigen in der Hinsicht, wenn man sie als Islam-Expertin bezeichnet. In dies muss man sie entmündigen. Sie kann für alles Experte sein, aber vom Islam hat sie keine Ahnung. Und ich warne davor, dass man solchen und auch noch anderen in Deutschland Gehör schenkt, wenn man wissen und lernen will, was die Religion des Islam bedeutet, was dahinter steht. Man darf sich von solchen Leuten hier nicht kirre machen lassen, die keine Ahnung haben und so auftreten, als wüssten sie, wovon sie reden. Sie wollen letzten Endes populistisch, opportunistisch mit so etwas Karriere machen, mit diesen Büchern und mit diesen Vorträgen verdienen solche Leute natürlich auch Geld. Und deswegen, da zeigt sich auch schon der Unterschied zwischen einem islamischen Prediger, der dies als kostenlose Dauer macht und nur natürlich Spendengelder annimmt für wohltätige Zwecke oder um Moscheen zu gründen oder die Dauerarbeit zu ermöglichen, da sind solche Leute natürlich weit weg von. Die machen damit Karriere, die machen damit Bücher, die bringen Bestseller raus. Das heißt, die sind opportunistisch und deswegen gerade an die Adresse derjenigen, die vom Islam hören und sich damit befassen wollen, lest den Heiligen Koran und lasst euch von solchen Rattenfängern nicht was vorgaukeln. Die haben keine Ahnung. Die sind völlig unbedarft. Ich glaube, in einer Debatte mit ihr, wenn ich ihr gegenüberstehen würde, würde ich noch mehr herausarbeiten, ganz gezielt und ganz strategisch, dass sie überhaupt nichts vom Islam weiß. Sie weiß, glaube ich, nicht einmal annähernd, was Islam ist. Sie hat vielleicht, ich weiß nicht, was sie gelesen hat, ob sie wirklich den Koran gelesen hat, lassen wir mal dahingestellt. Also das alles sind Punkte, wo ich deutlich machen möchte, dass in Deutschland auch immer mehr Stimmen laut werden, die opportunistisch die Gelegenheit nutzen, diese Islamophobie nutzen wollen und dann plötzlich mit halbgebrochenem Gastarbeiterdeutsch daherkommen und sagen, ja, antidemokratisch, ja, das kann ich gerade noch eben aussprechen, ja, aber es scheint ja wohl gut anzukommen und sich sogar anmaßen, den Bundespräsidenten, der genau weiß, was die Verfassung bedeutet und der auf die Verfassung eingeschworen ist. Und er kann dann nicht, sage ich mal, verfassungsfeindliche Rede halten, ja, also dass solche unbedarften Zeitgenossen wirklich sich jetzt da postulieren und meinen, sie wären es und müssten sich jetzt hier als Stimme des Volkes erheben oder als Islam-Experten. Das ist sie nun mal nicht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es gibt sicherlich Bereiche, wo sie vielleicht Ahnung hat. Ich weiß nicht, vielleicht wie man Lammat schon kocht oder brät oder ich weiß nicht oder Döner würzt, aber garantiert nicht über das Thema Islam. Und sie sollte es auch sein lassen, weil klar, wenn man damit Karriere machen kann und Geld verdienen kann, dann macht man das natürlich, besonders weil man natürlich auch opportunistisch veranlagt ist und die Stimmungslage dann auch versucht auszunutzen, die auch angeheizt wird durch die zionistische Mediengewalt. Und dann gibt es viele, viele Trittbrettfahrer, die den Leuten nach dem Mund drehen. Mein Gott, wie einfach ist es für jemanden, der opportunistisch ist? Ich bräuchte jetzt einfach nur eine Rede halten, ohne Ahnung, ja, ohne, würde ich jetzt einfach sagen, Islam, antidemokratisch, rassistisch, Juden werden diffamiert. Wir müssen den Islam verbieten, wir müssen den Koran verbieten und so weiter. Ich würde Stimmen sammeln ohne Ende. Was ist denn dabei? Ich muss ein bisschen rhetorisch verpacken, da stelle ich mich auf den Marktplatz mit Mikrofon und halte so eine Rede und alle werden Beifall zollen. Was ist denn dabei, populistisch so aufzutreten? Das ist doch nichts, das ist doch null. Das ist doch letzten Endes nichts anderes, als zu versuchen, einfach mit dem Trend mitzuschwimmen und sich dann sogar noch als Vorredner empor zu schwingen, der man einfach nicht ist. Diese Frau hat vom Islam keine Ahnung. Sie weiß nicht, wovon sie redet, aber sie weiß eins, dass sie bestimmte populistische Ausdrücke nehmen muss. Ja, Pia Vogel wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Das wird natürlich dann immer wieder verwendet, ja, wobei man hier ganz klar sagen muss, dass der Verfassungsschutz natürlich keine Judikative ist, sondern es ist ein Exekutivorgan und es geht ganz einfach um eine Beobachtung, eine Präventivmaßnahme. Und das bedeutet nicht, dass es eine Aburteilung oder Verurteilung oder dass jemand schuldig ist. Jedweder kann vom Verfassungsschutz ins Visier kommen, ja. Ganz einfach, wenn man zum Beispiel bestimmte Inhalte vermittelt, wo man sagt, diese gehen nicht mit der Verfassung konform oder könnten mit der Verfassung nicht konform gehen oder es könnte sein, dass sich daraus eine politische Gesinnung entwickeln könnte, vielleicht sogar eine Bewegung, die antidemokratisch ist. Dann gerät solche unter den Beobachtungen des Verfassungsschutzes. Natürlich wird das instrumentalisiert und wird gesagt, die sind gefährlich, die sind gefährlich, wie wir auch schon von dieser Frauenrechtlerin auch schon ein paar Minuten zuvor gehört haben. Das ist nichts anderes als Populismus. Ich brauche mich nur auf den Marktplatz hinstellen und würde sagen, die sind gefährlich, wir müssen was tun, ja, wir müssen den Koran verbieten und Islam ist gefährlich und unter dem Kopftuch, da tickt eine Zeitbombe. Ja, meine Güte, da würden sie alle Applaus zollen und ich nutze dann die Stimmung aus, ja, und schon bin ich der Held und wenn ich das noch rhetorisch gut verpacke, komme ich bis ins Fernsehen als Islamkritiker. So geht das nicht. So können wir nicht vorgehen, um die Religion des Islam zu verstehen und zu begreifen, müssen wir jedem sagen, lest den Koran. Das ist der beste Weg, aber so, dass man nicht Verse aus dem Kontext zieht, sondern dass man im Zusammenhang liest. Und inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das Siegel von euch Ungläubigen oder Menschen, die noch nicht zum Islam gekommen sind, nimmt, dann wird sich diese Botschaft in euer Herz erschließen, weil viele Menschen nehmen den Islam an, die rational denken können, die vernünftig sind, die verstandesgemäß sind, die nicht populistisch sind, die unvoreingenommen analytisch an die Sache herangegangen sind und erkannt haben, das ist die Wahrheit. Und wir können jedem, weil es um die Seelenrettung geht, nur empfehlen, das genau so zu tun. Wenn es dann nicht dazu kommt, dass ihr den Islam annehmt, dann wisset, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es nicht will, dann wird es auch nicht dazu kommen. Also strengt euch an, damit ihr diesen Zustand erreicht, inshallah, den Islam anzunehmen. Das ist das, was wir euch sagen und lasst euch nicht von diesen Rattenfängern, die keine Ahnung haben, irgendetwas vormachen von Schlagbegriffen, Gefahr, Verfassungsschutz, gefährlich, antidemokratisch, Steinigung, immer die gleichen Begriffe, die nur instrumentalisiert werden, um die Menschen von der Wahrheit abzuhalten und das im Dienste des Satans, der die Menschen von der Wahrheit fernhalten möchte, damit diese Menschen mit ihm in die Hölle gehen. Ja, das muss ich also auch sagen, dieser Stakkato, das war einfach lächerlich. Und das ist natürlich auch keine intellektuelle Diskussion, das ist Marktschreier-Diskussion. Die kann man machen, wenn man am Stammtisch sitzt vielleicht. Sie ist ja vom Islam abgekehrt und sie ist ja modern und 21. Jahrhundert. Also ich denke mal, Stammtisch ist bei ihr bestimmt dann auch mittlerweile auch kein Tabu mehr, denke ich mal. Deutsche Kinder, also das ist, was haben wir hier? Wir haben hier Marktschreier-Mentalität. Das ist eine Marktschreier-Mentalität ohne Sinn und Verstand. Wie gesagt, Religionsfreiheit, die dazu führt, dass alle ihre Religionsinhalte vermitteln können und dass jeder frei wählen kann, an was er glaubt. Und wenn jemand an den Islam glaubt, gehört er genauso wenig verteufelt wie jemand, dem man sagt, okay, ich glaube an das Christentum. Wir haben nicht das Recht zu urteilen, es gibt keinen Zwang im Glauben. Aber wir haben das Recht und die Freiheit in diesem Lande, die Inhalte zu vermitteln und den Menschen darzubringen. Und wer das verbieten will, der handelt tatsächlich verfassungsfeindlich. Und zu sagen, deutsche Kinder werden vergiftet, das würde also bedeuten, dass diese, es geht ja auch übrigens, man sieht ja selten, dass das irgendwelche Zehnjährigen sind, sondern es sind ja Menschen, die auch selber in der Gesellschaft mit 16 hier ja auch schon als vollwertig genommen werden. Und ich hoffe, das tut man nicht nur, wenn es um irgendwelche Strafsanktionen geht oder um die Gerichtsbarkeit, sondern es geht ganz einfach darum, dass diese Menschen gesellschaftlich irgendwo angekommen sind. Und denen zu unterstellen, dass sie einfach zu dumm sind, selber zu entscheiden, dass man diese also global oder pauschal entmündigt, ist ja letzten Endes auch eine Unverschämtheit. Denn man darf diesen Menschen ja nicht unterstellen, sie wären zu doof und würden dann entsprechend einfach nur reinfallen und nicht wissen, was sie tun. Sie haben ihre Entscheidung getroffen, die muss man respektieren. Was wir deutlich machen ist, dass der Islam keine politische Bewegung ist. Wer diese zu einer politischen Bewegung machen will, der hat den Islam nicht verstanden und zweckentfremdet. Der Islam ist der Weg zu Allah, der Koran ist der Weg zu ihm, indem man den Glauben verinnerlicht im Herzen und durch die Taten tatsächlich umsetzt. Das heißt, der Glaube im Herzen und die Taten, das Gebet und alle Rituale, die wir im Islam haben. Das heißt also, die Religion besteht aus dem Glauben im Herzen und den Taten. Das ist Islam, das ist unsere Religion. Uns geht es nicht darum, ich wiederhole mich zwar hier, aber diese Frau wiederholt sich auch ständig und deswegen muss man hier auch ganz klar das auf den Punkt bringen. Es geht nicht darum, dass wir bei den nächsten Bundestagswahlen mit einer islamischen Partei die 5%-Hürde meistern. Darum geht es nicht. Das ist nur Populismus, der betrieben wird, um die Menschen zu verunsichern. Wir sind und bleiben Religionsanhänger und wir vermitteln moralische Werte, dass die Menschen gerettet werden und nicht in die Hölle kommen. Es geht nicht um eine politische Gesinnung, noch um eine politische Partei. Es gibt keine islamische politische Partei. Es gibt keinen Parteisprecher oder sonst irgendetwas. Wir sind Prediger. Wir gehen auf die Menschen zu. Wir stellen ihnen die islamischen Inhalte vor und sie selber können entscheiden, ob sie sie annehmen oder ob sie sie nicht annehmen. Das ist Religionsfreiheit. Das ist die Freiheit der Predigt. Und all dieses darf nicht angerührt werden, weil das wäre verfassungsfeindlich. Und wenn man den Deutschen, die den Islam annimmt, Ärzten, Professoren, Lehrer unterstellt, die werden alle dumm, dann hat diese Gesellschaft ein Problem, ihre eigene Gesellschaft und die Mitglieder in der Gesellschaft offensichtlich gar nichts zuzutrauen. Dann wundert es mich, dass es Referenten und Abstimmungen gibt, wenn man die Menschen für so doof hält, dass sie nicht in der Lage sind, für sich selber die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann dürfte man auch die Gerichtsbarkeit nicht mehr annehmen, weil man sagen würde, die Menschen sind ja alle nur blöd und dumm und unzurechnungsfähig und lassen sich ganz schnell beeinflussen. Ja, und sind nichtmals in der Lage, differenziert zu entscheiden. Das ist eine Verunglimpfung der Gesellschaft als solches. Und das muss man dieser Frau auch deutlich vorhalten, dass sie mit ihrem Kauderwelsch-Deutsch, diesem Döner-Kebab-Deutsch, sich bitte nicht als Politikerin aufstiehlen soll. Sie ist immer noch das, was sie ist. Ja, sie spricht halbwegs Deutsch und versucht opportunistisch, populistisch auf diesem Thema Punkte zu machen und redet den Deutschen nach dem Mund, um ihre Sympathien zu gewinnen und ihre Karriere voranzutreiben. Das ist völlig Quatsch zu sagen, die deutschen Kinder. Das ist doch ganz klar, wem sie hier nach dem Mund reden will und welche Ressentiments sie erwecken will und wen sie erreichen möchte. Stellt sich immer dar, als wenn er harmlos wäre. Ist eigentlich auch eine gewaltige Unterstellung. Denn dafür muss ich ja wissen, wenn ich so etwas sage, dann sehen wir ja, wie unbedarft diese Frau ist. Er stellt sich dar, als wenn er harmlos ist. Ja gut, dann beweise, dass er nicht harmlos ist. Das ist ja der klare Punkt. Das ist ja schon üble Nachrede. Das ist ja schon ein Rufmord im Fernsehen. Auch ein Straftatbestand. Die Frau weiß gar nicht, was sie da labert. Man müsste ja dann sagen, hier habe ich Beweise. Und dann holt sie dann ihre Zettelchen raus und sagt, gucken Sie mal, wie gefährlich sie sind. So geht das nicht. Sie macht hier einfach einen auf Populismus. Sie sind gefährlich. Das ist eine Bezichtigung. Das ist ein Straftatbestand. Das kann sie nicht einfach so sagen. Dann könnte er sofort mit einer Anzeige wegen Rufmord gegen sie vorgehen. Dann kann er nicht einfach die Schnauze aufmachen, wie sie es mal gerade will. Wie gesagt, das geht so nicht. Noch leben wir in einem Rechtsstaat. Und muss man sich auch, wenn man im Fernsehen ist, wissen, wie man sich gibt. Und nicht einfach meinen, ich mache jetzt einfach mal und gebe Gas. Und versuche jetzt bei den Deutschen gut anzukommen. Und bei denen jetzt so richtig in den Hintern reinzukriechen. Indem ich genau das sage, was die gerne hören. Vielleicht mache ich damit ja dann noch weiter Karriere und meine Veranstaltungen und Versammlungen werden gut besucht, weil die dann alle sagen, ich bin ein Fürsprecher für die Deutschen. So geht das nicht. Wir brauchen nicht die Opportunisten, das habe ich auch schon in einem anderen Video gesagt, sondern wir brauchen die Leute, die nicht lügen, sondern die die Wahrheit sagen und die begreifen, was der kulturelle Umgang mit den verschiedenen Kulturen und Religionen bedeutet. Und was das bedeutet, was in der Präambel der Verfassung zugrunde gelegt ist, die Religionsfreiheit und die Religionsgleichheit, die sie hier in dieser Sendung sogar bestreiten wollt. Und das ist verfassungsfeindlich. Verfassungsschutz mit derartigen verfassungsfeindlichen Äußerungen gehörte sie normalerweise unter Beobachtung. Ja, so sehen die Dinge aus. So, in Charlotte komme ich damit zum nächsten Teil. Es sollte eigentlich der letzte Teil sein, aber es sind noch ein paar Sekunden und die will ich noch kommentieren. Bis zum nächsten Mal.